Bruder, nein, nicht sterben. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, da ist noch einer. Den treffe ich nicht. Dann muss ich erst sein beklopptes Schild da wegschießen. Alter. Also du kannst sagen, was du willst, die Animationen sind natürlich richtig geil. Aber das User Interface, beziehungsweise das Spieler User Interface ist die absolute Katastrophe. Du musst einen Knopf drücken, damit du weißt, wo du hingehen musst. Und dann nach oben. Ja, hier, nach oben. Wer drückt denn nach oben, Alter? Ich... Also... Ich muss ja irgendwie lenken. Dann verdrücke ich mich hier immer mit dem Medipack oder was, das ist mit dem Adrenalin. Ja, Nummer zwei. Moment. Das hätten sie echt besser machen können. Kannst du wahrscheinlich umstellen in den Einstellungen, aber ab. Alter. Warum soll ich das jedes Mal umstellen? Ich glaube, das Einzige, was ich umgestellt habe, war mal bei GTA, die Schusstaste. Hui, ich bin wieder hell. So. Echo, Callan hier. Äh, fall ich? Echo, hören Sie mich. Fall ich nach oben, oder? Was ist denn hier oben? Was ist denn hier unten, Alter? Muss ich irgendwas lenken? Weiter geht's. Sind Sie okay? Echo, hören Sie mich. Ich hör dich. Ist ja bescheuert. Ich kann hier nichts machen, ne? Huch. Nach oben kann ich drücken. Wenn ich zweimal drücke, dann kommt das Menü. Aber das war's. Kannst du hier ein bisschen rum... Rumgleiten. Man sieht natürlich an den zwei Strichen rechts und links, ähm, wie man da genau hin und her gleitet. Aber ansonsten kann ich hier nichts groß machen, ne? Ein bisschen den Trümmern ausweichen. Wenn ich nach unten drücke, passiert nichts. Wenn ich nach oben drücke, passiert nichts. Bin mir nicht sicher, was genau das Ziel ist hier. Okay. Ja, und jetzt? Jetzt vielleicht da wieder gegen, oder was? Ui, guck mal. Ah! Okay, so... Mit R kann ich mich umsehen. Mit L kann ich mich bewegen. Mit... L3 gibt's Schub. Achso! Achso! Jetzt haben wir's. Ich muss so... Muss ich... So muss ich fliegen. Die ganze Zeit so geflogen. So, wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwo dahinter. Gut, ich fliege, glaube ich, erstmal ganz hoch hier. Muss ich an diesem Ding vorbeifliegen? Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, wo ich direkt bin hier. Bin ich irgendwo im Weltraum? Okay, weiter hoch komme ich nicht. Das heißt, ich muss hier irgendwo rein. Also, ich denke mal, dass ich irgendwie hier rum muss. Jetzt ist schon wieder weg, das Ziel. Und wenn ich nochmal drücke, geht's nicht mehr. Super, ne? Das ist ein super Ding, ist das. So, jetzt geht's wieder. Gut, fliegen wir mal da hoch und gucken mal... Ich komm da nicht weiter, Alter. Ich muss hier irgendwo, muss ich ja ran. Okay, die ballern auf jeden Fall. Ah! Wir haben den Eingang gefunden. Oh, guck mal, ich kann schießen. Aha! Ich kann ja schießen, Alter. L2, wurde das von angezeigt? So. Ist auf jeden Fall da nach oben. Ach, ne, da. Da muss ich lang. Kaputt? Ja. Du musst wahrscheinlich eine Trophy... Äh, schaffe es ohne Schießen... ...zum Ziel zu kommen. So, jetzt gucken wir nochmal. Irgendwann, da kommen noch ein paar mehr. Da ist auch noch einer. Müssen wir gleich mal alle wegholen hier. Kein Bock auf diese Scheiße. Oh ja. Steht denn da einer? Irgendwo steht doch da einer noch. Muss mich mal kurz ein bisschen... Ist nicht mehr weit. Da steht einer, ne? Aber wie kann ich das Ding da kaputt machen? Junge, wie oft soll ich denn da noch aufballern? Jetzt ist er hin. Jetzt ist er hin. So, da ist mein Ziel. Halleluja. Einmal runter. Da kann man nicht ran. Okay. So. Okay. So, jetzt ganz vorsichtig hier mal durch. Wie viel Schuss habe ich noch? Genug. Hä? Wo muss ich denn lang? Ah, hier. Es kann natürlich sein, dass hier wieder irgendwo Gegner sind. Deswegen mache ich hier mal einen Scan. Aber es ist relativ ruhig. Wo ist mein Ziel? Perfekt, oder? Wo ist mein Ziel? Jo. Wird kein Ziel angezeigt. Hast du Pech gehabt? Ja, okay. Dann eben nicht. So. Finden Sie die Waffe auf Stahlbasis. Auf Stahlbasis. Denk mal, ich muss da rein, oder? Ja. Drück immer den falschen Knopf, ne? Drück immer die falsche... Die falschen Knöpfchen. Ich finde meine Waffe eigentlich ziemlich geil. Deswegen werde ich die auch erstmal behalten. Ich gehe in die Knie. Scheiße, Alter. Ich bin im Fahrstuhl. Ich drück schon wieder den falschen Knopf. Alter, hätte ich jetzt... Hätte ich jetzt diese... Hätte ich jetzt diese Packs, Alter, dann wäre ich schon komplett verloren. Ui. Ich flieg mal da hin, Alter. Ich bleib mal hier hinten. Mach die mal. Warte mal, ich mach mal... Ich mach mal den Scan. Okay, da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mein Ziel ist. Ja, die Waffe finden. Blabla. Okay. Irgendwas habe ich gehört. Irgendwas habe ich gehört hier. Zutritt verschaffen. Zutritt zu was? Hä? Was sollte mir das gerade zeigen? Dass ich noch nicht da bin? Oder was sollte das sein? Habe ich noch eine andere Waffe? Er nimmt immer wieder die Originalwaffe, ne? Okay. Flieg da mal hin, Drohne. Ich habe da jetzt gerade keinen Bock zu. Da ist noch einer davon. Na ja, wenigstens habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe ja gesagt, wenn ich das Spiel, wenn ich das Spiel durch habe, dann weiß ich, wie es funktioniert. Ui. Ist da einer, Alter? Mach doch mal das Tor auf hier. Okay. Drück schon wieder die falsche Seite, ey. Ich habe gerade was. Ach, die Dinger. Guck mal. Okay, der ist down, so wie es aussieht. Würde ich mal sagen. Lieg doch mal zu denen da hin. Die kamen irgendwie von allen Seiten. Komm ran hier. Komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht, ob die immer, die immer gleich tot sind. Ich muss so aufpassen, dass ich nicht die falsche, die falsche Reihe drücke. Alter, so lost. So lost schon wieder hier. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Komm da gar nicht mehr hinterher, ey. Weil die hier von allen Seiten kommen. Von vorne sehe ich aber gar keinen, ne? Wo ist denn der? Ich weiß gar nicht, wo der hinschießt, Alter. Warte, lass uns mal zusammen scannen machen, hier. Lass uns mal zusammen schön scannen machen. So, guck mal. Oh, ihr wurd aufgeladen. Jetzt kommen sie. Jetzt haben sie mich sozusagen. Ich bin hier auch irgendwie, irgendwie ein bisschen, ein bisschen gefangen, Alter. Bruder, nein, nicht sterben. Ganz ruhig, ganz ruhig, jetzt ruhig. So, das noch einer? Den treffe ich nicht. Da muss ich erst sein beklopptes Schild da wegschießen. Keine Munition. Ja, moin. Warte mal kurz, ich brauche mal eine neue Waffe. Oh, geil. Nein, 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 nein. Andere Seite auch noch welche oder wie? Du musst natürlich gut abschätzen können, wann du anfängst zu schießen und wann du fertig bist. Und ob hier noch eventuell welche kommen. Was haben wir da noch? Nehmen wir mit. Irgendwo muss hier noch einer sein, oder? Guck mal, hier sind überall diese Packs, Alter. Die hab ich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Uh, oh Munition, Alter. Ich drehe durch. Okay, ich glaub wir haben's, wir können weiter. Wo ist mein bescheuerter Ohl? Komm zurück. So. Warte mal, ich guck nochmal schnell, ob da noch Grenades sind. Grenades. Wo war denn jetzt die Moni, Alter? Scheißegal. Scheißegal. Ich sehe, dass sie entschlossen sind, mich zu töten. Das verstehe ich. Sie wollen ihre Allmacht beschützen. Das ist bewundernswert. Sie haben etwas, das vielen ihrer Art fehlt. Die Weltaner sind egoistisch. Sie können sich nur um sich selbst. Sie mögen ihre Nachbarn nicht. Jeder will mehr, als der andere hat. In euren Herzen ist keine Liebe. In euren Herzen ist keine Liebe. Keine Liebe, wollte ich gerade sagen. Keine Liebe. Ja, 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 ja. Das ist einfach eine Frage der Biologie. Sie wurden auf der falschen Seite geworben, Marshall. Nach mir werden andere meinen Platz einnehmen. Letztendlich werden wir siegen. Das ist schon ein geiler Fahrstuhl, ne? Das ist schon ein geiler Fahrstuhl. Das Ding musst du erst mal hier hinbauen, Alter. Vor allen Dingen, wenn man sich die Konstruktion anguckt. Das ist der Shit, Alter. Das ist der Shit. Ist er da? Nee, wer ist denn das? Ist doch ein Kind, oder? Nee. Ich hab's geschafft. Der Zerstörer. Der Pterazit hat einen Zweck. Die Schwachen sind gestorben und überlebt haben. Das sah eben aus wie ein Kind. Überzeug mich nicht vom Anderen. Das war so. Dass sie dasselbe Schicksal erleiden. Ich? Die Helga ist keine nicht länger in Wektas Schatten. Ja. Ja, ich gleich mit, oder was, Alter? Was ist mit dir los? Ich hab dir doch gar nichts getan. Alter, ich wusste es. Der gehört dazu, ne? Nee, der gehört nicht dazu. Nach allem, was die Schweine uns genommen haben, hätte ich nie gedacht, dass du mich verraten würdest. Ich habe dir vertraut. Jeder Tag, an dem New Helga an Fort besteht, ist eine Gefahr. Das habe ich gezeigt. Und jetzt werde ich diese Gefahr bannen. für immer. Aha, aha. Ich wollte dich immer beschützen, Junge. Aber ich konnte es wohl nicht. Das ist echt ein Schwein, Alter. Hat der mich einfach gekillt? Hätte ich da irgendwas machen sollen? Bis zum nächsten Mal.